Die Bundesliga 2007-08 war die 45. Saison der höchsten deutschen Spielklasse im Fußball. Deutscher Meister wurde der Rekordtitel-Träger FC Bayern München, der bereits am 31. Spieltag durch ein torloses Remy in Wolfsburg den Gewinn der 21. Meisterschaft rechnerisch perfekt machte. Zuvor hatten die Bayern bereits den DFB-Pokal durch ein 2-1 nach Verlängerung im Finale gegen Borussia Dortmund gewonnen. Absteigen mussten der 1. FC Nürnberg als amtierender Pokalsieger und die beiden Aufsteiger Hansa Rostock und MSV Duisburg. Saisonverlauf Der deutsche Rekordmeister Bayern München sicherte sich letztlich souverän den 20. Titel in der Bundesliga und damit die 21. Meisterschaft. Zum Saisonende standen 10 Punkte Vorsprung vor Wiesemeister Werder Bremen und die bis dato wenigsten Gegentore der Bundesliga-Geschichte zu Buche. Dabei profitierten die Bayern, die bereits vom ersten Spieltag an Tabellenführer waren und sich lediglich gegen Ende der Hinrunde eine leichte Schwächephase nahmen. Von Patzern der Verfolger zu Beginn der Rückrunde. Insbesondere Bremen, das zur Winterpause noch punktgleich mit den Bayern war, verlor in dieser Phase den Anschluss an den späteren Meister. Konnte sich nach einem starken Saisonfinale aber als Tabellenzweiter behaupten. Schalke 04 wurde mit zwei Punkten Rückstand Ritter. Der amtierende Meister aus Stuttgart konnte sich nach einem enttäuschenden Saisonstart nur in den UICup retten. Gegen Ende hatten der Hamburger SV und etwas überraschend der VfL Wolfsburg unter dem neuen Trainer Felix Magath im Kampf um die Plätze im UEFA-Pokal leicht die Nase vorn. Wolfsburg hatte nach zahlreichen Neuzugängen die Hinrunde auf Platz 11 beendet, erreichte in der Rückrundentabelle jedoch Platz 3. In der Hinrunde sorgte der Karlsruher SC für Aufsehen, der als Aufsteiger auf dem sechsten Platz überwinterte. Nach einem ordentlichen Start in die Rückrunde bauten die Badener im Frühjahr jedoch merklich ab und beendeten die Saison als zweitschlechteste Rückrundenmannschaft auf Platz 11. Auch Bayer Leverkusen, das bis zur Mitte der Rückrunde Anschluss an die UEFA-Pokalplätze halten konnte, verspielte eine gute Platzierung in den letzten Saisonspielen und erreichte erstmals seit 2002 0-3 als siebter keinen internationalen Startplatz. Dies führte zur Entlassung von Trainer Michael Skibbe. Borussia Dortmund beendete die Saison auf einem enttäuschenden 13. Platz, war aber aufgrund des Erreichens des DFB-Pokalfinals erstmals seit der Spielzeit 2004 0-5 wieder für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert. Dennoch trennte sich der Verein nach der Saison von Trainer Thomas Doll. Der Tabellenzinte Hertha BSC erhielt einen weiteren UEFA-Pokal-Startplatz durch die Fairplay-Wertung. Bereits zur Winterpause deutete sich an, dass es hinter einem breiten Mittelfeld einen Fünfkampf um den Klassenerhalt geben würde. Neben den beiden Aufsteigern aus Duisburg und Rostock steckten Energie Cottbus, Arminia Bielefeld und der Pokalsieger des Vorjahres vom 1. FC Nürnberg lange Zeit im Abstiegskampf. Während Cottbus der Klassenerhalt bereits am 33. Spieltag gelang, lieferten sich Arminia Bielefeld und der 1. FC Nürnberg am letzten Spieltag ein Fernduell um den Verbleib in der Elite-Klasse. Am Ende blieb für die Franken, die Trainer Hans Mayer im Februar durch Thomas von Hesen ersetzt hatten. Nach einem 0-2 gegen Schalke 04 nur der undankbare 16. Tabellenplatz und damit verbunden der siebte Abstieg in die Zweitklassigkeit. Statistiken Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Torschützenliste Skoraliste Spielstätten Eingesetzte Schiedsrichter Die Meistermannschaft des FC Bayern München Die Meistermannschaft des FC Bayern München